Liebe Zuschauer, der Sommer nimmt am heutigen Mittwoch mal wieder richtig Fahrt auf und auch aus jagdlicher Sicht ist in den vergangenen sieben Tagen wieder einiges passiert. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge DRZ News. Immer wieder fordern radikale Tierschützer, Rechte von Tieren analog zu den Rechten für Menschen zu gestalten. Diese Forderungen führen fortlaufend zu Konflikten mit Jagd und Jägern. Der Deutsche Jagdverband hat darauf nun reagiert. In einem kurzen Comicfilm veranschaulicht der Jagdverband die Folgen einer derartigen Gesetzeslage. Ein Link zum Video findet ihr auf unserer Homepage unter www.drz.de. Hochsitze werden häufig beschädigt. Besonders rabiat gingen vermutliche Jagdgegner dabei in Sachsen vor. Nahe der sächsischen Kreisstaats Oelznitz sprengten bislang Unbekannte eine Kanzel in die Luft wie tag24.de berichtet. Nach ersten Erkenntnissen soll die Detonation bereits in der Nacht vom 8. auf den 9. Juni geschehen sein. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, die Polizei ermittelt. Anstatt seiner zuvor im Wald postierten Wildkamera fand ein Jäger vor kurzem eine Cannabis-Plantage im Wald. Nahe Hamm in Nordrhein-Westfalen hatte der oder die Grasbauern die Cannabis-Pflanzen angebaut. Im Gegenzug wurde die Wildkamera geklaut. Zeugen, die in diesem Fall Hinweise geben können, melden sich bitte bei den Beamten der Polizeistation in Hamm. Nahe Bonndorf im Süden Baden-Württembergs hielt ein Mann am vergangenen Wochenende Schießübungen mit seinem Luftgewehr ab. Ein Jäger beobachtet dies in seinem Revier und stellte den Mann gemeinsam mit einem befreundeten Jäger. Das Gewehr wurde zur waffenrechtlichen Überprüfung an die zuständige Polizeidienststelle übergeben. Und zum Abschluss noch eine Meldung zu einem kuriosen Einbruch in Marburg. In der Nacht vom vergangenen Freitag auf Samstag stiegen bislang Unbekannte dort in das Haus einer Studentenverbindung ein. Doch nicht Bargeld oder Wertgegenstände standen im Fokus der Langfinger. Nein, zwei Fahnen und ein Fuchs-Präparat ließen die Einbrecher mitgehen. Gehen ist das Stichwort. Damit es auch in der kommenden Woche neue DRZ-News gibt, gehen wir zurück an den Schreibtisch. Vielen Dank fürs Einschalten und bis nächsten Mittwoch. Bis dahin, weit man's high.